Guten Morgen meine lieben Schwanzis, ich zeige euch jetzt wie man die Nebenmission findet, Bagley abschließt und die könnt ihr erst spielen, nachdem ihr die komplette Kampagne durchgespielt habt. Hier seht ihr die Nebenmission und dann kriegt ihr auch noch hier in Daten und dann auf Deadside kriegt ihr hier 8 beschädigte Erinnerungen, das sind so 8 verschiedene Bilder und ihr müsst quasi zu jedem Bild einmal hingehen, auf der Karte, zu jedem Ort hingehen und dort ein Bildschirm. So und die allererste Location findet ihr hier, also den allerersten Ort, zu dem ihr müsst. Seht ihr da, ich ist eine U-Bahn-Station, da müsst ihr hin und zwar geht ihr dann einfach hier und wählt dann hier auf einem Waffenrad hier diese Kamera aus, hier bei mir ist es auf 9 auf der Tastatur und dann seht ihr, da steht Ziel in Sicht, Bagley Erinnerung und dann macht ihr einfach ein Foto. Dann die zweite Location, der zweite Ort, seht ihr genau hier, seht ihr das Riesenrad da, London Eye oder so. Und der nächste Ort ist hier oben, seht ihr das? Ihr müsst hier auf die Straße, dann seid ihr hier, dann geht ihr hier rein. Und der nächste Ort, müsst ihr hier hin. Seht ihr quasi hier diese Straße, die sich mit der anderen kreuzt und hier nochmal eine. Und dann macht ihr wieder den Kameramodus, nicht den Foto-Modus, nicht vergessen, ne, so zeig und dann ein Foto. Und der nächste Ort, dann seht ihr genau hier neben der U-Bahn-Haltestelle, der Subway on the ground hier, geht da rein. Und jetzt müsste ich hier in die Bar, aber reingehen und dort das Foto schießen, hier so, zack. So, dann geht ihr für das sechste Bild, geht ihr hier hin, da seht ihr, hier das, der Teich, Brunnen, See, was auch immer, Pflanzschwitze. Und dann macht ihr einfach hier, da, das Foto. Und für den siebten Ort müsst ihr dann, hier seht ihr wo ich bin, müsst hier hin. Dann einfach wieder dasselbe Kamera, nicht Foto-Modus. So. Und für das achte Foto müsst ihr hier hin. Sieht das? Da. Lauft ihr einfach hier rüber. Und dann. Aber dann gibt es ja noch ein neuntes Foto und dafür müsst ihr hier hin. So, ihr müsst, seht ihr diesen Turm, dieses hohe Gebäude, den Wolkenkratzer, da, ihr müsst da reingehen. Und mit dem Aufzug hochfahren. So, und dann, sobald ihr oben seid, geht ihr hier noch mal kurz durch die Tür und ihr müsst ungefähr hier ein Foto schießen. So, als nächstes müsst ihr nur noch die Quest beenden, zu einem bestimmten Ort auf der Karte gehen. Und dann kriegt ihr auch schon die Trophäe und habt die Nebenquest auch beendet. Also, ihr müsst einfach nur die Quest beenden, dann alles easy danach, was kommt. Jedenfalls, guckt das neue Mark Menzel Video. In Gyms werden die Hanteln geklaut und auf Amazon gibt es sechs Pringles Packung für acht Euro. Ciao, ciao.